Der Schlachter hat angerufen. Wieso? Hat gefragt, wozu du das ganze Fleisch brauchst. Was gehört zu meiner Strategie? Sei mir ehrlich mit mir. Bist du jetzt dabei, dich mit einem Wolf anzufreunden? Ist das deine Strategie? Ich halte ihn eben von den Häusern fern. Und was passiert, wenn du ihn nicht mehr fütterst? Denkst du, dann läuft er einfach weg? Wolfsky, hallo? Ist da die Polizei? Ich bin's, den du willst. Ich gehöre dir. 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 Ich gehöre dir.